Hey, Monti. Ich hoffe, du geniesst den Abend in Zürich. Ja, Sali, Monti. Ich hoffe, du sitzt bequem in deiner Lounge und jetzt schnall dich an. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, wieso er noch Fussball spielt. Es ist manchmal lustig, dich zu sehen, einfach wieder umzuverrecken, weil du ein Match gewinnen willst im Training. Er ist eine richtige Geldmaschine, ein richtiger Fachmann, was er hier Geld verdient mit der Börse und Zeugendran. Wenn du einen Aktientipp willst, weisst du die Anlaufstelle und du bist ja da der Ölexpert. Etwas muss ich noch sagen, in der Kabine hat er so viele Fotos von der Freundin. Kannst du das mal in die Runde bringen, dass sie vielleicht auch mal den Booster kaufen. So verliert, wie er ist, das habe ich noch nie gesehen. Nimm noch ein Bierchen für mich. Wir machen einfach weiter so und so Spielen brauchen wir bei uns in der Mannschaft. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7pm on SportalHD.com.